die Leute ich weiß einige die mich jetzt noch abonniert haben werden wahrscheinlich bis jetzt das kann weil das nur war es und das ist nicht so offen ist aber es kommt auf wenige Videos aber das ist ein Projekt wo ich einfach Bock hatte mit Notizen nun vorab werden jetzt in diesem Projekt etwas behindertun und nicht so ernst nehmen also wer nicht auf Verstörung pur aus ist der sollte jetzt lieber abschalten oder bei mir kann man es nicht an Prozent um sie eigentlich hat der Handschuh im Mund gehabt sie haben es ist ein Eishandschuhe wenn er zu Teil haben weil jemand solche perfekten Eiswürste hinsichtlich der war komplett gefordert ist ein bisschen eisdrehen um Prozent sie geht das der ist bald zu heiß ist und es ist extrem eingenehm das kann noch eine Weile dauern leute wir sehen uns gleich wenn es los geht warum wir gehen den es geht los seit ihr auch schon so bei zehn Sekunden starte ich die Aufnahme also wenn nur noch zehn Sekunden sind drei zwei eins hallo und heute spielen wir war und es geht los wenn ihr hinter den Kulissen die zehn ersten Sekunden oder so sehen wollt ich habe es ich habe mich auf jeden Fall schnell 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 weiter weg weiter weg weiter weg weiter weg weiter weg hier ab und leute an der schweißen das ist ja niemand abkürzigen hier schon ein Ding mach du einen Ding an der warum nicht wenn der Werkstatt und hier ist eine Kuh die Kündigung neben gleich ein bisschen mehr Holz mit hier ist schon die Werkbank ich mach schon mal ein Schwert okay oder zwei für dich auch ein um unser Ziel in diesem Wagen ist ein Haus zu bauen ja wir waren das schönste Haus bauen das jener in Waren existiert hat oh ich hab schon nieder oh es regnet komm die müssen ja abbauen wir dürfen nichts verlieren oh 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 der Orban ist schon draußen oh mein Gott sind aber nicht viele gestorben muss man ganz ehrlich sagen was sind nicht viele gestorben hier ist einer wo es sind mehrere scheiße ich bekomme Janik Matthe ich habe einen ich habe einen Hit gekriegt ha der ist solo Janik Freddy Buri Freddy Buri solo aber stirb Janik stirb nicht weh du stirbst ich töte ihn ich töte ihn wenn du stirbst bin ich sauer extrem sauer ich laufe dem anderen nach ich sollte ihn kriegen nein ich habe zwei Herzen weniger ich kriege ihn ich kriege ihn ich kriege ihn ich glaube ich kriege ihn ich müsste ihn öfter ich bin voll er läuft weg ne okay ich habe drei Herzen weniger wir haben einen Kill wir haben einen Kill wir haben einen Kill ja okay ich renne ne ich will aber nicht rennen ich will ihn jetzt kriegen aber ich will nicht alleine sein hier regeneriert man irgendwie extrem schnell kann das sein weiß ich nicht nein doch nein als wäre ein Monster aus ich regeneriere ich bin hier in einer Höhle Monster singt glaube ich aus kann das sein nein oh nein der zweite kommt von der anderen Seite scheiße renn nein 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 wo bist du ich brauche dich ich renne ja er rennt mir nicht nach er rennt mir nicht nach du mein Puh mann ich wollte einen Kill aber man regeneriert so schnell ich bin eine Sekunde danach wieder full okay ich suche jetzt irgendwelche und töte sie ne Moment noch nicht nein 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 mein Gott das ja wie viel nehmen meine Brille Leute was ist das in der Scheiße das Spielspaß mit Barrow würde ich sagen ihr wahnsinnig krass ich brauche mein erstes Eisenmann wir werden die Geräte wo bist du eigentlich ich bin voll auf Kokain die KM Riede aber er machte so muss man es nicht unbedingt aber den Stilzweiter die Stilmann denn jetzt ist es sofort wieder von dem jetzt zu gehen ein jetzt nicht mehr ich habe schon die Zeit ich habe schon einen getötet ja ich habe schon gegen zwei gekämpft aber kämpfst du gerade wieder? nein ich habe genügend Essen ich habe schon 17 18 ich habe 21 ich bin ich habe schon viel Eisen für 22 warum treffen wir uns nicht? wir sind eigentlich richtig dumm wir müssen halt schauen, dass uns niemand nachschauen wir müssen immer vorbeiziehen eine Folge ist, oder? das ist eine Spinne es ist also doch nicht komplett einfach okay, ich werde jetzt gegen die Spinne kämpfen oh mein Gott ich habe schon ein Herz verloren alter, der dümmste Start in See gab dümmer geht es echt nicht hier ist ein Enderman, soll ich ihn angreifen? nein, nein ich habe schon 14 Eisen oh, schön, schön, schön ich bin zufrieden, das Kind ich bin sehr zufrieden, das Kind bin ich es ist sehr dunkel, glaube ich, in der Aufnahme das macht nix ich werde halt dislecken oder sonst ich denke, ich sollte das Ganze kein Problem sein oder? kriegen wir das hin? ja kriegen wir ja, wo bist du jetzt? in der Höhle ja, nice, ich auch oh, da ist schon Gold ja, ich gehe jetzt auch in der Höhle ich glaube, ich werde hier mal ein bisschen braten ja, fahr mal alleine ja, okay ja ja, würde ich auch sagen ich fahre mit viel bis zum Glück, dass du da bist äh, 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 äh ich sage mal, fick dich doch die Kammer irgendwo hier Helligkeit hochstellen grafen ah, hier so, jetzt ist es auch heller, meine Freunde glaube ich halt oder Leute, schau hier mal oder Leute, meine Freunde Freunde, das Sonne hm, so gleich schon wir brauchen ja hier einen Weg ich baue hier schon einen sehr schönen Weg du brauchst immer sehr schönen Weg, also ich hab noch nie erlebt, dass du kannst schon wieder warte das Ding hat hier und sein ich finde es sind wir da stimmt na, es ja, cool kann ich verstehen oh, ich hab schon Volt gefunden schon 4, schon 5 und schon 6 nein, schon 7 du bist voll dumm und blöd, ey boah, ich mag dich blöd ähm, ja ich hab schon Eisenschwert, du bitch ich wollte mir eigentlich schon einen zweiten Ofen brauchen die Herze der Folge ist einfach schon am lop, 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 la wein, ich brauchte das nun zuerst, ich brachte das damit man sammelt die männlichen nie nicht ich kann nicht anders mehr machen als nach der folge nachzuschauen heute habe ich mir zehn kokainer in mein kopf getan ja ich würde mir mal glasstaschen ins Gesicht werfen und ich habe eine große eichel das kann ich bezeugen okay mit dem herz neu essen sollten wir uns keine sorgen machen ich bin überzeugen essen macht schlechte mir wird auch oft schlechten mir auch ich habe nämlich eine super duper geht die ist geil ich finde solche diäten nie schlecht das ist natürlich es gibt fette leute er auch in einer anderen wussten ich brauche jetzt mein Wiener er wärst du auf der Skala ein fetter Baster Nein er nimmt seine Skala wenn man 100 ich habe keine Skala Nein 100 Kilogramm wiegt oder soll er gesagt dann ist man ein fetter Bastert stimmen die auch in einem gewissen Nase ja gut darüber kann man oder streiten nein darüber kann man nicht streiten das ist gesetzlich bewiesen hier geht es auch noch weiter schick schick also das ist die Höhlocke die nur noch 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 für die Böse wenn ich sie nicht geheiratet hätte würde ich scheiße ich sage wie es ist ich hoffe ich habe keine Leute oben sind ich bin ganz am Rande an der Borde ich glaube ich geht es wieder raus ich muss schauen dass ich für ja ich habe fast keine Eisen ich gehe raus ich gehe aus dem Projekt weil hier in der Höhle gibt es hier nix mehr lol lol der Höhle gibt es halt echt nix mehr scheiße Höhle ich mache nochmal ein Steinschert ist glaube ich sicherer ich habe schon Eisenschwert ja welche aufgleiche im Preis wow ich habe schon einen Eisenbrustpanzern Eisenhänden lol du stinkst selber du war schlug Blitz das hätte ich mehr freuen du hast gar keine Freunde redet nicht Spaß guter Spaß nee das kann sich nicht ganz viel freundlich dass ein Projekt aus wie wenig mit den Fallen sollt kommt nie wieder war nee Entschuldigung nicht angenommen ich entschuldige nicht okay dann halt nicht dann will ich sagen die Sender und die Züge er hat er an mir raus das ist ich war was ein geiles Video auch nach einer Probe das ist ein bisschen gegner hätte aber das wäre nicht so geil wobei mir schon zombie wo auch zum geschlagen mir nicht schlug mir nicht schwore um hat schon sechs level all wo hier wie es sich ein creeper mit mir an die folge nehmen wir dann auch über cs3 auf dann haben wir auf jeden Fall bessere Qualität um hier ist gelöst gelöst am an mann mann die schläge ich hab mit dem war da ein Name ich bin an der Oberfläche und tötet ein paar easy naps ich bin unter der Erde aber nur ganz knapp an einer der Ecken oh ich hab ja gestern alles neu zu tun somit werde ich jetzt auch ich denke ich muss man ja nicht besser von mir ausgezeichnet ich bin ans Mann glaube ich ja bin ich ich gehe direkt in er war habe ich meine Challenge geschafft war dann das ein schönes Haus ja warum nicht ich gehe in den nether okay nächste folge treffen wir uns dann aber mal okay ich bin jetzt im nether nice ich bin im nether ich glaube ich bin das beste Ziegen im nether wie schreit man nether nett hören bin im nether soll ich da ein bisschen Levan fahren ja oder er wird braucht man ja immer weiß dass jetzt welche herkommend vieles ist eigentlich richtig dumm dass du es geschrieben hast ist mir egal dann verstecke ich mich hier kann man gut level fahren ich brauche jetzt mal wirst du oh, nur noch zwei Minuten oh, 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 ein Skelett oh, oh das war natürlich sehr schrecklich und auch schrecklich für mich bisschen, muss ich ganz ehrlich sein äh, ist jetzt eigentlich so, dass nächste Folge dann die Borda schon weiter reingerückt ist weiß nicht, weil nicht, weil wenn er mich am Arsch und tut dann war's das aber ja, dann war's das das macht uns natürlich nichts weil wir sind harte Kerle das könnten wir jetzt rein ja, ist doch äußern 12 Level habe ich jetzt schon für euch ich glaube ich gehe dann ich bin jetzt einfach ganz vorn du weißt dass wenn du das sagst du musst da vorbeiziehen ansonsten wirst du das sowas und ich meine ich relativ egal mein Freund ich bin ich dafür, hier ist das explodiert vielleicht ist es hier hier ist ein Spielername Emmeraldo oh, geil er ist allein im Team er hat keinen Teampartner, Türtein hab ihn oh nein was nein du bist der scheiße dumm nein Alter, ich weine am Lochen du guck mal, Hurensohn ja, jetzt kann ich das ganze Projekt alleine führen oh, du bist so scheiße jetzt ist es voll, der ist sau gut, der ist auch das schaffe ich nicht mehr zeitlich aber ich mache mich mal auf den Weg dort hin bald mal ja Leute, das war's mit Varro boah, du bist so scheiße bis zum nächsten Mal und ciao du bist so scheiße Alter du bist so richtig ein Hurensohn ja, was kann ich dafür oh was kannst du dafür, dass du nicht richtig spielst ich hab richtig gespielt mhm das sieht man ja dann in deiner Aufnahme ja ja, dann nehm ich morgen wohl alleine auf wieder ich hoffe, dass euch das Video gefallen und tschau tschau tschau